Ja, ja, da kommt es raus, nein, doch, vielleicht, nein, das kommt da raus, Ja, okay, müssen wir nicht, muss ich dazu sagen, müssen wir nicht, aber Montag ist definitiv Final Fantasy und Skyrim OXA, weil es ist wieder so the last day, so deadline mäßig. So, ich bin schon mal im Bett und verabschiede mich auf jeden Fall in diesem Sinne schon mal von Twitch und auch den sehr geehrten Damen und Herren auf YouTube. Es war uns eine Ehre, mich gespielt haben zu dürfen und auch das Like teilen, kommentieren, abonnieren, verloren, nicht vergessen, ist ja kostenlos und freiwillig. Das ist eins, was kostet, ist die Zeit, wenn man sich Videos anschaut. In diesem Sinne. Mir geht die Luft aus. Pause. Das wird nervig. Äh, hallo? Geht doch, meine Fresse. Auf Wiedersehen. Was hast du denn da verkauft? Ach, Palmenfussil, hab ich noch gar nicht. Das ist ripuliert, gleich vor kurzem mal. Auf Wiedersehen. Ja, das hatten wir aber schon. Ich hab extra nachgeschaut. Okay, tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zurück am Stück bei Star 2 Walleye im Multiplayer. Aufgrund der Tatsache, dass es bei der Telekom wieder schwule Täter gab, muss ich ja mal so knallhart sagen. Gaut's jetzt wieder, ne? Wie bitte? Achso, warte, du musst ja abfahren. Mach du mal, das war bei dem Thema, wo wir mal stehen blieben, nämlich, ne? Ja, ich guck, hast du Queen of Thrones. Ich hab Trautsuppe gelernt. Ich komm raus. Ja, das guck ich mir nachher an. Ich übere mich mal um die Tiere hier, ne? Hä? Ich dachte, das geht jetzt. Schiff oder Kuh, Melk, sie, nichts passiert. Was für ein Shit. Ah, die Kinder, der hab dich. Was? Das Abfahren hier. Ja, was soll ich denn sagen? Glaub ich, ich hab's da luxuriöser oder so? Ja, ich hab's auf meinem Single-Spiel schon zwischendurch seriöser. Ja, auf meinem Single-Player-Spiel schon hab ich's auch luxuriöser. Ich lass abfahren. Jetzt, ah, jetzt verpisst euch mal, Jungs. Ja, ich auch. Joni Moos, ne? So witzig. Ja, ja, ich hab vier, ich hab vier Häuser inzwischen. Von den Viechern. Hm, nice, ich hab erst zwei. Hä? Ich kenn noch ein paar mehr Bauer, aber mir geht langsam der Platz aus. Hät man auch keine? Malmese-Maschinen oder so'n Scheiß? Ich mein, da hat nur irgendwo eine, aber ich weiß nicht, wo. Ah, okay, Silos sind voll, seh ich grad. Ach, doch, hier, hier, hier. Ja, da hat voll vorhanden vorbei. Was haben wir denn eigentlich? Äh, ein Himmel. Ati, sagen wir das. Voll cool. Brauchten wir noch das Jem, weil das haben wir, glaub ich, angepflanzt. Ja. Na? Ein Jem hab ich abgefarmt. Ja, wo? Ja, ich hab's, ich leg's in die Kiste rein. Wo hast du das her? Ja, hab ich abgefarmt. Ja, grad eben, aber wo denn? Hier keine. Ja, hier, hier war eins irgendwo. Und den Kürbis hab ich auch reingeschmissen. Brauchen wir noch Marmelade? Brauchen wir die Sachen? Keine Ahnung, ich bin grad eher am belegen, was wir von den Sachen brauchen. Ich hab ja jetzt hier dieses Kohlzeug da. Das Joy und die Kürbis. Aber die haben wir ja, glaub ich, schon alle, die Kürbis. Moment. Ja, wir haben noch die Tierprodukte und die Artisan-Dinger. Was ist das Bullets? Da fehlt noch ne Muschel. Die gibt's, glaub ich, jetzt im Herbst. Trüffel können wir noch nicht. Wir haben keine Schweine. Boah, wenn man's denn in den Monaten kriegen möchte, müssen wir noch Trüffel entpflanzen. Äh, oder Schweine, oder? Ja, müssen wir schauen. Äh, dann verkaufe ich erstmal alles, ne? Ja, ja. Aber Axel vom Jam, das brauchen wir, glaub ich noch. Ähm, was wollte ich hier? Was machst du hier? Ja, nee, ist in der Kiste da oben drin. Was ist der B? Ja gut, ich verkaufe jetzt die Pumpkins und das Joy. Alle, also Silber, Gold, normal. Ja, ja, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Was haben wir überhaupt noch im Samen da? Äh, willst du die Zahlen noch, wie viel das waren? Wozu haben wir eigentlich die ganze Produkte hier? Ich brauch die Zahlen. Zahlen, hä? Die Zahlen, wegen Neu Anpflanzen und... Äh, ja. Gut, dann haben wir 71, Joy. Und 12, 4, 3, das heißt es 19 Kürbis. 71, Joy und 19 Kürbis. 71, Joy. Was ist Joy? So ein komisches Ding, so wie so Kohl, kannst du dir das vorstellen? So ein Kohlkopf. Ja, da kann ich, ich gehe mal kurz einkaufen. Ähm, das heißt, insgesamt wären das 90 Stück, 90 Sachen. Ja, glaub schon. Und haben wir natürlich nicht daran schuld, dass es nicht funktioniert hat. Ich wollte es gleich mal geklärt haben, auch hier, ne? Na ja, dann bringst du das Joy weg, nehm mal die Yoda alle mit. Ja, mach das. Und ich gehe mal kurz einkaufen. Ah, der Form aus dem Buki, ja, ich weiß. Ja, ich gehe erst mal unten gucken, was die Tante hat zum... MMRF Seeds, Plan ist in der Fall, take 7 days to grow a house with the skype. Machen wir mal. Wie viel hast du gesagt von was normal? Äh, 71, Joy hatten wir und 19 Kürbis. Also insgesamt 90. Weil wir haben Sonntag und was hat die nette Dame uns zu bieten heute? Ne, Rabbid Food, die brauchten wir, glaube ich. Ja, die brauchen wir, man kauft die sofort. Pufferfisch hatten wir schon. Ganz sicher, dass wir die noch nicht hatten. Äh, Pufferfisch, doch, den hatten wir doch. Ne, Pufferfisch, ne, die Rabbids Food, ich gucke halt selber nach. Ja, meine ich, warte. Na doch, die haben wir schon, sorry. Hier war noch ein Wein, so ein grünes Oakding-Teil und so eine Pfirsich-Gedöns-Furz-Teil, keine Ahnung was da. Mensch, schau, das Ball, ja, die haben wir. Gut, dann gehe ich jetzt mal schnell mal Clint. Eastwood. Ja, zum Eastwood. Ich habe jetzt Glück und kriegen erstmal so ein schönes Tino ein. Halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Ist das Play dann beendet? Was? Ist das Play dann beendet? Ja, definitiv. Okay, also wenn ich jetzt ein Dino-Ei bekomme, ist das Play beendet? Ja. Weil, das kann ja nicht mehr wahr sein. Weißt du, wie viel Geod ich zerprügelt habe? Aber sieh mal, äh, du bist auch so ein Stimper, ne? Du, du schauen, was halt befällt, der Beender. Warum? Weil hier drüben noch Kürbisse waren. Nein, jetzt doch was. Wo? Ich habe linke Seite unter. Waren welche? Ich habe gerade abgerissen. Ja, da war ich. Da habe ich welche her. Äh, okay. Ich gehe nochmal zum, zum, zum anderen Material kaufen. Reicht noch nicht. Kürbisse haben wir aber jetzt schon, ne? Oder brauchen wir noch goldene? Ne, die haben wir schon alle. Haben wir schon. Okay. Gut. Batz. Und noch einmal Batz. Und noch einmal Batz. Eher, was hast du denn noch gemacht? Was verkauft? Ja, da kam nämlich mal Kohle drauf. Also Abwechslung meinst. Und ein Dino-Ei. Nein, schade. Und jetzt ein Dino-Ei. Nein, schade. Und jetzt ein Dino-Ei. Nein, schade. Also das Display bleibt doch. Ich habe kein Dino-Ei bekommen. Äh, noch. Lügt einfach, weißt. Und dann hat es fünf Dino-Ei herausgekriegt aus dem Scheiß. Nein, es waren sechs. Es waren sechs. Oh, ist er was Falsches gekauft? Ups. Oh, ich habe etwas für das Museum. Ich habe was Falsches gekauft? Hat er mir nichts gekauft? Oh, Fairy Seeds. Okay, gut. Passiert. Ich habe eine Pflanze gekauft. Das war eigentlich nicht geplant. Aber okay, gut. Gut, 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 gut. Dann sei dem halt so. Dann sei dem halt so. Ja, ist so. Ja, ist ja in Ordnung. Haben wir eigentlich die Tiere rausgemacht? Ja. Okay. Ich natürlich. Ich kümmere mich um diese armen Wesen. Wenn du sie einfach nur vergisst. Hey, das ist auch eine harte Arbeit. Die Tiere vergessen. Ja, aber übelst. Übelst zarte Arbeit. Aber war gerade ein Leck. Wo? Bei mir. Achso. Bäume wachsen. Der Wald da unten, der gedeiht auch so weit. Oder weniger. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwo ein Ding abgrasen kann. Ein paar Bäume. Kurz nach, was wir gerade einen Stein haben. Ruhig gerne. Wenn ich sie finde. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Na, schon ein paar Tage her jetzt, ne? Ey, was mir aufgenommen? Zwei. Bitte? Fast zwei. Sind. Ah, okay. Reicht ja. Vier. Fünf. Die Community Center, Community Center, Community Center. Fast fertig, ne? Ja, das ist ein bisschen übel, ne? Ja, das brauchen wir nur die 25.000, dass du dann die Wüste kannst. Davon möchte ich aber noch, was Geonen oder sonst irgendwas, einen scheiß Iridium Barren haben. Dann habe ich nämlich ein Iridium Wachst machen. Ja. Ja. Ähm, Dings kommt raus. Am 14. Dezember. Start your rally für PS4 und Xbox. Okay. Finde ich eigentlich relativ cool, weil brauchst du ein sonderes Spiel. Scheiße. Wieso? Wieso? Was war das? Ich habe, wer braucht denn ein Kürbis? Fuck. 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 Was ist denn ein Kürbis? Ich habe da eine Kiste zu einem reingelegt. Kürbis. Egal, irgendeinen. Aber ich habe gerade in der Kiste einen. Das kann sein. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Da habe ich mich gerade bis verguckt. Aber das kommt davon, wenn man wieder einen Monat lang nicht spielt. Da hat man gar keine Ahnung mehr. Ja. Das ist doch. Das stimmt sogar. Das war glaube ich sogar ein Monat, wo wir noch gar nicht mehr gezockt haben. Ja. Ungefähr. Zockt schon, aber halt nicht. Ja. Kein Starty. Da haben wir. Ja. Ich bin ein paar Tage ins Land gegangen. Ich werde hier aber trotzdem mal ganz fleißig weiter. Ich hoffe das ist okay so. Äh. Du? Warum hast denn den Ziegenkäse verkauft? Wieso nicht? Weil den habe ich heute erst angepflanzt. Also in Produktion gegeben. Den brauchen wir noch für das Artisan-Bundle. Ach so. Ja. Dann gibt es heute morgen Ziegenkäse. Nö. Ich habe ihn jetzt rausgenommen. Ach so. Ja okay. Na gut. Verzeihst du mir. Ja ja. Ist okay. Ich häng dich nur aber ist nicht. Ja. Ich häng dein Spiel hier auf. Ich geh vor dir pennen. Haha. Ihr drohen drohen. Das ist unser Spiel schon du Freak. Er ist psychisch krank geworden derzeit. Äh. Nein. Wie heißt die nochmal? Irrigal. Yeah. Machön. Er ist nicht psychisch krank. Er nimmt auch psychisch kranke Leute in der Praxis auf. Klar. Der ist hier fweh wo über uns. Sie sind leider gestörte. Stimmt, das war eigentlich ein Grund, sich meinem Arzt anzufreuen, weil da war ich noch nie. Fällt mir grad zu auf. Alle und große Ziegenmilch und große Kuhmilch. Also, wir haben doch Kühe und Ziegen, oder? Ja. Ja, wenn wir davon mal ein großes Ding bekommen, dann hast du ein Peit, ne? Dann stecken wir das da rein, ne? Jupp. Ach ja, ich hab ein Bienenhaus. Oh, was ist denn das jetzt, ja? Ich hab das Bundle doch komplett gemacht. Ach so. Ah ja, dann. Ja, so einer bin ich, so einer bin ich, ne? Ah ja, sehr schön. So, ich fang hier ganz fleißig, Hölzmann, ich bin hier am abvorrasten. Taka, äh, nee. Plätze hab ich dich genannt. Levantis, so war's. Levantis, das droidoofe Pferd. Wie is raped, wie is raped, wie is raped. Er rappt. Oh, jetzt mach mal. Den zu. Und das hühne ist noch aus. Nur zwei, oder mehr? Was? Mach dir, wir anscheinend nur zwei. Tiere, Tiergehege. Ach so. Wir anscheinend nur zwei. So, jetzt brauche ich noch mal nen Snack. So, dann sind die restlichen Bäume hier unten auch weggefällt. Wow, warum haben wir so viel goldene Sachen aufgehoben? Ja, das frage ich mich auch. Ach, kommt nennt da vielleicht noch irgendetwas, wo man irgendwas in ne Box reinlegen müsse? Das war ich auch grad am überlegen. Ne Showtile da. War das schon? Ich weiß es jetzt grad nicht. Ne, ich glaub, das kommt mit dann erst noch. Ähm. Tja, Valleyfair. Äh, am Dienstag. Ah, okay. Ja, könnte es sein. Oh, warte mal. Ach, die Tainer hat jetzt eh schon zu dir, wo so ein Lachs mal da ist. Das hab ich jetzt verpennt. Ja, da hab ich schon zugeschaut. Da war nix mehr groß. Ah, okay, okay, okay. Warum noch? Aber den haben wir sowieso nicht. Erst mal momentan, oder? Ja. Ach, Tiere hast du zugemacht, ne? Ja, hab ich schon. Braver Freak. Darf ich Kiste? Danke. Ich muss auch nochmal Kiste. Okay. Okay, dann haben wir, glaub ich, alles für heute. Okay. Was machst du? Nix. Und, darfst du? Oh, ich hab gar keine Hacke mehr. Ich muss morgen meine Hacke abholen. Geh weg. Aber läuft eigentlich recht flüssig dafür, dass ich grad hochlade. Warte, ich muss noch kurz Queen of Sausage gucken. Queen of Sausage. Ja, Trub, Sulub, oder was ist da wahr? Ich bin schlafen, ne? Schon mal, ne? Ich würde es erwähnt haben. Also, ich schlafe jetzt. Ich bin auch gespannt, wann der Multiplayer rauskommt. Vielleicht kommt er mit Release von der Konsole raus. Vielleicht, vielleicht, oder vielleicht nicht. Dein Leben ist nicht so schön und heiß. So, es geht wieder. Hat gerade kurz geleckt. Sag, du, Wallay. Fortune Teller. Heute? Ah, na, geht so. Bisschen beschissen ist. Bist du gerade vor mir raus? Nein. Gut, es hängt. Es geht. Jetzt gehe ich raus. Ja, ja, den uns nur da ran. Okay. So. Na, Kines. Oh, der zweite Hühnerstall ist fertig. Wo soll ich denn zweiter Hühnerstall? Wolltest du haben, weil ich glaube, du wolltest die nur allein haben oder sowas. Ja, genau, stimmt. Haben wir schon ein Deluxe? Kommst du mal wieder in die... Nee, ist kein Deluxe, ist ein Standard noch. Oh, ja, hier, der Spoiler ist wieder fertig. Ah, ist ja schön. Erika, Giddy. So, ist ja schön. Heute gibt es noch keinen Ziegenkäse. Nein, haben wir jetzt Ziegenkäse schon. Oh, äh, gucken wir noch ein Feld. Große Milch. Hä? Große Milch gibt es nicht, ich habe nur M. Milch, Milch. Also keine große. Ja, wir große Milch, um zu Ziegenkäse, brauchen wir dann noch. Und dann haben wir auch das Tier Bundle. Ah, ist ja schön, okay. Scharf haben wir noch keine, ne? Äh, nein. Was haben wir noch nicht? Ein Daka, komm mal mit. Was? Ich weiß nicht, was wir nicht mehr haben. So, jetzt rechnen wir wieder. 5, 6, 3, 4, 5, 6. Kannst du einfach ja rauszählen aus der Silver, was insgesamt hasch. Das reicht ja dann. Dementsprechend kaufe ich ein. Ich muss auch noch rechnen. Na, danke. Ja. Ich habe es halt mit dem Rechnen. Ich brauche einen Taschenrechner. Aber es ist 1 plus 1. Das Pferd besteigt dich. Opozy, schneller. Ah, jetzt ist es drin. Opozy, schneller. Ich brauche einen 90. 91, weil eins habe ich abpflückt. Okay, passt. Okay. Das heißt, eine Dreiviertelstunde im Spiel gedauert? Meine Fresse, Alter. Eine Dreiviertelstunde hast du gebraucht zum Ausreichen? Oh Gott. Ich habe auch noch abgefarmt. Ja, ne. Um 8 Uhr habe ich den Flur geschaut. Wo ich die Frage stellte. so 13 ist zu lang was machen wir denn heute was sagst du fischi fischi oder mini mini 21 und ich gehe mini mini 20 12 machen wir das und die skelett hand ok die muss noch zu gunther bringen apropos gunther ich muss noch zum client eastwood nach meiner hake mal fragen was was er damit macht oder ob daraus ein penetrierer schon gebastelt hat auch mal der penetration noch live ja ja schon an schmerzen du hast eine kupfer lampe ich habe eine kupferlampe erhalten posi weswegen eine kupferlampe eine körper deswegen weiß umgebaut hat ich habe nichts für sie für mich so schmutzig war schon cool dass ich eine kupferlampe habe hast du auch schon eine kupferlampe ach super fack mich doch nicht ab hier fischer wie wieso welche in der infekted zone die auch da kommt der freude auf aber auch richtige antifreude Antifreude. Ich geh noch nie... Ich geh nirgends mehr da runter, ey. Ich bin einfach fast down. Hm... Ok, ich geh... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sterben werd ich heute nicht. Heute nicht. Aber wir mussten doch... Müssten wir doch auch in die Kanada kommen oder? Dann werden wir aus dem Museum 60 Stück haben oder so, ja? Ja, ja, das müssten wir ja auch bald haben. Ich meine, das ist ja schon recht vorn gewesen. Ach, ein Gießhabes halt nicht. Also meins, es fehlt noch eine Muschel, dann gehe ich nämlich jetzt nach dem, äh, Gunther, nochmal kurz runter. Nach dem Gunther gehst du runter? Ja. Oh, sie flippt mit unserem Feld jetzt völlig aus, das ist in Ordnung. Warum? Ach, nur so. Ist nix gravierendes oder so, aber es wächst und gedeiht. Es, hm, was hast du gemacht? Nix. Also noch nicht. Solange du das Iridium drinne lässt, ist alles in Ordnung. Ach so? Hm? Ach so? Ja, ich geh nicht ohne Iridiumacke in die Mine in der Wüste, weil es dumm ist. Ich muss doch mal gucken, was wir nochmal für das Galaxy Sword brauchen. Das brauchen wir eigentlich auch nochmal. Ähm, nur so ein komischer Wunderstein. Stimmt, war das nicht der, den man dann jetzt irgendwie hier gefunden hatte? Nein, der war in der Mine, oder? Ja. Stimmt, so voll selten in der Mine. Ja, 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 voll selten in der Mine. Aber naja. Also am Strand habe ich nur Korallen gefunden und so. Ah, okay. Dann angel ich halt mal ein bisschen. So. Ja, kann man mal ein bisschen machen. Wo ist ein Penny? Penny, baby! I have things for you! Hallo? Nein, Penny! I am so real in love with you. Come on! You can have it! Do it! Just do it, baby! Ich hab Käse für dich. Alter, wo ist die Schnalle? Warte mal, Herbst, Herbst, um die Uhrzeit? Ne, warte mal, nimm so ein Container sein. Big Brother mit ihrer Mutter macht die. Oh, falsche Seite. Penny! Ich komme! Nein! Warte, warte. Voll psychopatisch. Ich bin gleich da. Penny! Du bist zu Sand! Oh, ich hab ein Event. Wo? Oh, it's so dirty in here. Bei Penny. Wahrscheinlich weil ich so real in love mit dir bin. It's so dirty in here. Ja, dann räum auf. See, Buggi. I'm sorry, that it's such a mess. I was about to clean up. Buggi, du musst das nächste Mal zu mir kommen. Das war jetzt auch so. Oh, it's so dirty in here. Haha, you will help me. You really mean it. Willst du mir auch helfen? Nein. Okay, you can get started over there. I will clean the kitchen. Vor allem, die brauchen einen Hocker, um überhaupt in der Herd hochzukommen. Wie klein ist denn die Tante? Jetzt können die saufen, oder? Geht voll in rage. Wunsch! Wunsch! What are the freaking out doing? Bläh! Stop it! I has never seen something like that, wuh! Die kotze sind immer ein bisschen wenn sie etwas in der Sprache nachm salz. Mann, dann nehmen eine schweren Schlager in der Kopf ab. Mom, the house is totally mess. Steal, Pookie, and I will just try to tidy things up a bit. I kill you with a knife, bitch. Were you at the saloon just now? You smell like beer, bitch. Was? Ich schnaufe, ihr jambes, Reiko. Boah, das schweilig. Gott seht's mal. Was? Ja, hab ich, hab ich, hab ich. It is my business. Weißt du, es ist kurz geschrieben? It is, also es. Oh, böse. I don't want you to destroy yourself. Don't you realize your tongue have an effect on me? Stop being so selfish, bitch. Es vibriert's jetzt kurz so richtig ab, man. Selfish? I put a little self in the closet. And back at you, got a little self in the closet. Hey, gib dem in Unterricht. Jetzt komm, nehmt euch das Schwert raus und haure das Schädel runter von der Schulter. Bitte. Weißt du, was mir dazu nur einfällt? Meinst du, George ist ein besorgter Bürger? Ich meine, wenn jetzt schon die Islamisierung von Statue Valley ansteht. Ja, vor allem Penny, weißt? He is a nice young man. But I don't want to tell him I want to... You have to be careful with such jokes. That will be slow, ne? Nah. Huh. Yes, mother. Alter, ich hole Penny diesmal da raus und dann komm ich her mit dem Galaxies-Sport und reiß der Mutter die Schädeldecke ab. Ist eigentlich mir die gar nicht Zeit weitergelaufen, wo ich das Event hatte? Nö. Ich angel die ganze Zeit. Lol. Haha. Nee, nee, nee. Diesmal hole ich Penny da raus und dann geh ich zu der Mutter hin, nehm die Axt und zapp, 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 schnippel, schnapp. Und ein Appelstab-Schädel. Der Schädel. Ja, der Schädel. So was brauche ich jetzt, muss ich nicht in Ordnung. So ungefähr, genau. Was machst du? Ich hab mir einen neuen Spinner gekauft. Ah ja. Ich hab mir unsere finanzielle Lage gedacht, dass die im Arsch ist. Ah ja, bei fast 20.000, ja. Hast du dran gedacht, dass wir bald das Geweckshaus haben? Weil du mal die Tiere dazu überzeugst, dass die große Milch machen? Ja, dafür brauchen sie Liebe, das ist das, was du nicht kennst. Ich hab Springer Stiefel. Ich hab Springer Stiefel. Ja, wahrscheinlich ist der Zwecke. So, Taka, komm mal mit. Ich muss jetzt ein paar Kristallböden machen. Wo ist unser Branded Iridium hier? Äh, 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 Quarzmeine, ich verarbeite. Das sind 50 Stück. Ich hab die